Ich will raus, weil wenn ich sage, ich will raus, wissen sie, dass ich Traitor bin, weil ich will ja wem umbringen. Jetzt sag einfach, dir ist langweilig da drin, lass mich raus. Es ist so langweilig hier drinnen. Hallo Leute, Putti hier, mal wieder mit einem neuen Video mit dem Max, hier in Gary's Mod, auf der Starget Map. Ähm, ich bin innocent. Du bist innocent, okay. Ja, und du? Innocent. Keine Ahnung, Alter, mit dem man in der Suche... Ja, alles aufbussig. Ha, geschossen, du Wichser. Ich habe schon so lange nicht mehr geliebt. Nein, du Arschloch, das wäre unfair. Das wäre unfair. Hey, seid doch mal leise hier. Ja, auch du solltest auf den TS kommen. Auf den TS, warum? Ich bin ein Deutscher, okay? In diesem Bad bin ich ein Deutscher. Hauptsache du Trottel hast Out in deinem Klantext stehen. Wir sollen auf den TS kommen. Schöße, fuck. Kommt mal alle auf den TS hier. Ja, komm auf den TS. Warum denn? Äh, TS-Pflicht steht bitteschön auch da in den Regeln. Oh no, ich gehe nicht auf irgendeine TS, nur weil es hier Pflicht ist. Ich bin schon auf den TS. Ich kann nicht lösen. Ich kann nicht lösen. Ich kann nicht lösen. Antisheat etc. Mann. Bastard. Leer. Du Burensohn. Hey. Booty, die werden dich wirklich noch kicken, wenn du die ganze Zeit so zu einem Schwachsinn in den Chat sagst. Die lassen mich nicht raus. Das war scheißegal. Ich bin hier schon quasi gekickt. Ich bin ja quasi schon gekickt. Ja, schau wo ich drin stehe. Ich komme hier nicht raus. Wie macht man das? Konsole aktivieren. Wie kann man da was machen? Da steht sogar da. Was ist mit Indenste, Pussy? Ihr habt es gesehen, ne? Der hat voll auf mich geschossen. Ja. Guck mal hier bei dem bitte, bei den US-Armee. Ähm, mit dem DNA-Scanner. Haha. Mit was für einem Scanner? DNA. Warum DNA-Scanner? Sätze ich schwul. Nichts-Kick und ein Heiß-Kick meine ich mehr. Wie macht man einen DNA-Scan? Der Detective kann das machen. Oh. Hey, lass mir eine Leiche in Ruhe. Bist du tot? Also, du bist tot. Er kann einen DNA-Scanner machen. Oh Gott, ich bin ja schwarz. Achso, von wem er gekillt wurde. Ich bin ja schwarz. Ich bin ja schwarz. Nein. Ich glaube, wie soll ich sagen? Ach, hier drin bin ich wenigstens sicher. Warum verrate ich mich? Ich weiß jetzt nicht. Hey, wo bin ich? Ja, wo bist du denn? Nein, ich find dich gar nicht. Ich versuch dich hier zu finden. Ich bleib doch mal stehen, Boti. Wie kann ich so Waffen nehmen? Boti, bleib stehen. Ich bin in so einem Raum drinnen. Ich bin in einem Raum drinnen. Ja, wo? Ich weiß nicht, wie man da rauskommt, okay? Okay, egal wo du bist, beweg dich mal nicht. Wenn du dich bewegst, ist es so schwer, die Schrift zu lesen. Da, Boti. Du kannst dich eh durchgehen. Du kannst dich eh durchgehen. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich kann mir die Scheibe zusammenhauen. Wie mache ich das? Auf E drücken da? Keine Ahnung, keine Ahnung. F ist Taschenlampe. Aber warte, sie stehen vor deiner Tür. Sie versuchen sie, glaube ich, aufzumachen. Ja, wie? Die haben mich ja eingesperrt da drinnen, soweit ich das weiß. Wissen sie, dass du Traitor bist? Nein. Wie viele leben eigentlich noch? Wozu? Wie mache ich das ein bisschen? Wozu gibt es denn einen Voice-Chat, wenn dann eh wieder alle auf einem TS-Gurken neun? Das ist so unnötig. Wie nehme ich eigentlich Kontakt zu denen auf am besten jetzt? Weil wenn ich sage, ich will raus, weil wenn ich sage, ich will raus, wissen sie, dass ich Traitor bin. Weil ich will ja wem umbringen. Ja, sag einfach dir, ist langweilig da drinnen. Lass mich raus. Es ist so langweilig hier drinnen. Du Traitor. Kannst doch einfach, wie man Türen aufmachen kann. Kann man die... Hä? Kannst einfach die Türen hier aufmachen? Kann man die Türen hier aufmachen? Ja, ich hab... Kann man die Türen hier aufmachen? Ich beobachte dich da, wie du auf und auf gehst. Kann man, glaubst du die Scheibe zahle machen? Weil ich hilflos auf und auf. Warum kann ich hier nicht drauf hüpfen? Versuch mal, kannst du den Computer eh drücken, um die aufzumachen? Warte. Warte, vielleicht, ja. Hast du die Spastis? Ich bin wahrscheinlich der einzige Traitor und ich komm nicht raus. Wie viele sind noch am Leben? Sind ziemlich viele. Nein, eh geht nicht, du bist scheiße. Ich hör irgendwas. Schau, sie ist versperrt. Hörst du das? Ich hab dich da drin wirklich eng gesperrt. Hörst du das? Frag mal, ob dich einer rauslassen kann. Sag, die Tür ist versperrt, kann mich einer rauslassen. Die Tür ist versperrt, kann mich einer rauslassen? Ich weiß nicht wo. Äh, das ist gut. Was? Hallo. Hi. Wie die Tiere, Alter, im Zoo. Du, Oma, hier sehen sie einen Tier. Ihr schaut so aus wie die Tiere im Zoo. Soll ich fragen, ob ich auch ein schwarzer Affe bin? Du bist schwarz. Scheiße. Hier sehen sie einen Orang-Utan. Wieso lassen die dich nicht raus, Alter? Wie geht's euch so eigentlich? Eh gut, danke. Warte. Eine Waffe rüstet. Eine Waffe rüstet mir aber erst aus. Eine Waffe rüstet mir aber erst aus, wenn man drauf drückt. Weil, hab ich jetzt was in der Hand? Schau einmal. Hab ich jetzt was in der Hand? Nein, gell? Nein, hast du nicht. Ich hab auch eine M16. Geil. Hey. Ich hab auch eine M16. Geil. Hallo? Hallo? Hast du einen Stimmenverzerrer drin? Weil deine Stimme nicht männlich klingt. Wie sie dich alle beobachten, wie die Hühner auf der Schalte liegen! Seid ihr Aliens? Seid ihr Aliens? Ich glaube, die wissen, dass ich der Rater bin. Ja, natürlich, ich weiß, dass ich das bin. Nein, nein, die... Hey, scheiße, ich glaube, sie kommen! Oh ja, sie kommen von dir, sie stehen alle vor der Tür. Ein Scheiß. Gescheißen. Sie kommen, sie kommen von dir, alle da. Fick eure Mütter in den Arsch. Fuck, ich muss nachladen. Hörst du, ihr Missgeburten? Ficken! Hörst du! Läuft, läuft! Nie wieder geh ich in diesen Raum. Nie wieder geh ich in diesen Raum. Der Schwerterraum ist mega unauffällig. Unauffällig! Ich glaube, gleich kicken sie mich, aber ist mir scheißegal. Ich würde dich halt auch schon so hart kicken. Du bist aus Deutschland gewesen. Denn dein Freund ist dein Freund, der du einen Baller hast. Der Sechse ist ein Bollermann. Ich bin aus Deutschland gewesen. Der Sechse ist ein Bollermann. Alle bist aus Deutschland gewesen. Trait oder Innocent? Okay. Innocent. Dann bin ich so aufsländerfeindlich. Ja, du? Du bist sicher Trait oder was? Ich bin Innocent ohne Spaß. Aber ich glaub dir irgendwie nicht, dass du Innocent bist. Ich bin Innocent. Jaja, ich bleib weg von dir. Ich bin fix auch noch Innocent. Ja, fix auch noch. Wenn dann kill ich dich als letztes. Wenn dann kill ich dich als letztes. Heißt der Wichser? Ich hab Angst schon wieder. Der Traiteraum ist wirklich unauffällig. Was willst von mir? Drück mir nicht so nah die Bälle. Wieder weg, Alter. Ja, Mann. Bleib mal kurz stehen, Putze. Geh weg von mir, Alter. Du willst mich umbringen? F*** auch noch. Bleib mal kurz stehen. Ich kenn das schon, deine Spielchen. Bleib trotzdem mal ganz kurz stehen. Nein, fix nicht. Geh weg von mir. Jo, ich bin doch nicht mal Traitor, Mann. Ich war grad eben erst. Hey, geh weg von mir. Bleibt sich auch weg. Hörst du, willst du mich provozieren? Das ist auch der Putze. Nein, nicht nur den Start. Was ist? Wollst du mich provozieren? Wo ist er hin? Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Bleib ruhig, Putze. Bleib ruhig. Achso, das bist du eh du. Ich hab gar nichts gedrückt, Alter. Hey, hey, da hat mich wer angeschossen. Wer war das? Wir sollten nur bei Samblein, Putze. Dann könnten wir uns gegenseitig verteidigen. Kost, oben ist ein Traitor, oben ist ein Traitor. Alter, hier oben ist ein Traitor. Was ist das, was dein Dealer verkauft? Wir stürmen in sein Haus mit der Schien aus der Hoffnung. Du, die Affe! Wer ist das? Ist das ein Traitor? Wer ist das? Ich bin kein Traitor. Verpies dich von mir, du... Achso, okay. Das ist ein Traitor. Das ist ein Traitor gewesen. Ja, dann sag doch den Namen durch, du Gottloch. Was? Sag den Namen durch. Ja, wie soll ich das wissen? Du siehst den Namen. Die hören mich ja jetzt nicht. Aber bist du schon tot? Ja. Ich bin auch tot. Es waren so... Ich war wirklich Traitor-Butti übrigens. Spastis. Du Barschlauch. Und es waren so drei beisammen und ich hab begonnen auf sie zu schießen. Ich hatte sogar zwei von ihnen, aber da kam ein Vierter von hinten, der hat mich dann erwischt. Spastis. Hoffentlich macht der Traitor schnell alle kalt. Barsch! Ich hätte drei auf einmal töten können. Barsch! Du bist der letzte Inno, glaube ich. Der letzte Inno. Der letzte Inno. Der Aufzug, wo fahre er hin? Hey! Ha ha! Alter, ich f*** echt Kinder, ohne Spass. Ohne Spass. Ohne Spass. Spaß heißt das. Wo ist der Jonas mit dem wir... hätten wir schon Freunde gefunden am Server. Haha. Aber ist das eine Mädel da? Ich glaube, die Mädchen kommt aus Österreich, glaube ich. Zumindest ist der dozent. Ist das ein Mädel da? Ja, das ist da, wo du gemeintest, dass du einen Stimmverzehrer drin hast. Was wirklich? Ja. Scheiße. Hör auf. Wie viele dumme Kommentare du Lustig. Haha. 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 Soll ich mich entschuldigen? Soll ich mich entschuldigen? Soll ich mich entschuldigen? Die Bombe hat gut geschmeckt. Jetzt ist zu spät. Wieso? Jetzt ist zu spät, Mann. Was du vorhin machst. Es ist mir eh scheißegal, aber trotzdem. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich da jetzt wen beleidige. Ich glaube, das ist wirklich ein Stimmverzehrer. Nein, das ist ein Mädchen, Cookie. Wer lebt denn jetzt noch aus? Weiß schon. Das wird mich wahnsinnig abdörnen. Was? Ah, dieses Pixie Cookie. Nein, das war wer anderer, das war wer anderer vorher. Vielleicht ist sie auch schon draußen. Keine Ahnung. Das war der Seven Taysen oder so. Aber der nicht, die. Opa. Sah lustig. Die könnte ich mal weitermachen, die die Traitor. Warte, ich frage. Hallo. Kann man seinen Gegenstand hören? Ah ok, nein. Der Pixie Cookie ist ein... Ein... Ein Buh, der... Was keine Eier hat. Mädchen also. Die stehen alle bei der Tür und tun nichts. Wie sieht die Tata Skiller da herbekommen? Siehst du das? Alle die Traitor stehen vor der Tür und warten auf den. Dass er rauskommt. Ja, da hat einer von euch zu dir. Ach so. Und die Traitor können die Tür nicht aufmachen oder was? Nein, er macht sie die ganze Zeit zu. Ja, aber die rote Tür da unten. Da kann man nicht durchschießen dann. Ja, da haben sie sich gefreut. Ja, schon habe ich meint, dass man da unten... Weil ich bin ja nicht rausgekommen vorher da unten. So schaut das da aus. Man muss von außen. Kann man zumachen. Kann man nur aufmachen. Ist von innen. Äh, wie warst du in den letzten Zeiten gefunden deines Lebens zu armen? Alle wegzuluchen. Spass, die geht raus. Das hat eh keinen Sinn. Ja, wie ok. Schottl. Geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg. Dann kommt der Raut. Uuuuhh. Die werden dich wirklich noch kicken. Ist mir scheißegal, Leute. Ist schwuchteln. Ja, Alter, dann schau immer wieder 20 Minuten auf einen Server. Ist das, was du willst? Volltrotteln. Ja, das ist mir wert. Was ist denn das für Sinn, die Volltrotteln? Warum setzen die immer die Zeit zurück? Das sind richtige Volltrotteln. Richtige, aber... Richtige, aber... Juhu, endlich. Was ist denn das für Sinn? Warum setzen die immer die Zeit zurück? HWR, ich hab gewonnen. Ich hab genau nichts aufs Dich. Habe ich auch gewonnen. Und ich hab einen besseren Score als der... Anstrengend. Oh, okay. Meine Bombe hat mir echt geschmeckt. Anstrengend schon wieder heute alles. Geil. Ich hab den ganzen Tag gezogen. Und was bin ich dieses Mal? Ich seh's da. Der Flüchtraitor. Der Flüchtraitor. Ich hab noch 13 Sekunden. Ich will unbedingt Innocent sein. Aber ich hasse Traitor. Ich will auch Innocent sein. Ich will auch Innocent sein. Ich will auch Innocent sein. Ja wirklich, Boti, du bist so schlecht als Traitor. Gescheissen. Tja, du hast 20. Ich bin Innocent. Ich auch. Du Scheiß-Wichser bist eh nicht Innocent. Ich will... Wo bist denn du? Wir sollten zusammenbleiben. Highway to hell. Boti, wir sollten zusammenbleiben. Ja, komm zu mir. Du bist eh nicht... Wo bist du? Du killst mich als Erster. Bist du da drinnen? Nein, oder? Na, wie geht's dir da drinnen? Vorher war ich der Trotter da drinnen. Bei was? Lol, da ist jemand gestorben. Hallo. In dem Ding drinnen. Lol, lol, bleib weg von mir, du kranke Partie. Kranke Partie, du. Oh mein Gott. Deine Akzent cool. Was? Ja, er findet dein Akzent cool, Boti. Meinen? Meinen? Nein. Nein, leider. Leer. Leer. Ja. Da ist was? Wo bist denn du, Boti? Der hört sich so an, wie wenn er durch ein Toastbrot redet. Der hört sich so an, wie du die ganze Zeit hast. Vielleicht macht das so wie du die ganze Zeit hast. Ich frag, ob der Pokal- Ist der Pokalboy eh nicht der Admin? Hörst du Arschloch, du verficktes? Boti, wo bist du? Ja, der Larryson hat mich umgekillt. Boti, wo bist du? Wir treffen uns im Kontrakt. Ich bin tot. Der Larryson hat mich niedergefickt und der steht hinter dir, gell? Will ich da nur sagen. Larryson? Larryson. Bist du sicher, dass auch Traitors stand das dort? Mhm. Ja. Fix. Sicher? Fix, ja. Alter. Ich glaub, Larryson ist Traitor. Jawoll. Oh mein du. Der ist Larryson, ne? Ey, der in dem Raum eingesperrt ist, ne? Du kannst auch rausgehen. Kann er nicht? Ich war nämlich vorher auch 20 Minuten drinnen. Hast du mich über den Voicechat gerade eigentlich gehört, okay? Oder geht der bei mir nicht durch die Idee? Ja, hab ich gehört. Der kann auch rausgehen. Heuer, ich bin tot. Du Carboy. Fuck, Alter. Was ist das wie ein Trottel von Traitor? Schau. Er schießt dir in einen Raum. Warte, sei mal leise. Ich hör mich die, die was spielen. Achso, ja, der kann wirklich rausgehen. Das ist eh offen.